Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf Eikuchen. Ich muss das hier von zu Hause aufnehmen, heute zumindest das für Dienstag, weil das Wetter, Leute, man kennt es, ne, da war eine Woche mal nicht komplett kacke. Das Retterjahr war relativ schön, man hatte schon Frühlingsgefühle, ja, und dann fängt es halt direkt wieder an, den ganzen Tag zu regnen. Also jetzt gerade regnet es nicht, zugegebenermaßen, ja, falls jetzt jemand in Braunschweig wohnt und sagt, hey, es hat gar nicht geregnet heute. Ne, aber es ist mega bewölkt, es sieht schon so aus, als wenn gleich noch was runterkommt. Und es ist ziemlich schlecht, weil heute habe ich Fußballtraining und ich soll heute ins Tor, weil ich gesagt habe, ich glaube mal ins Tor, wenn ihr Torschuss machen wollt, weil wir nie einen Torwart haben. Ja, vielleicht nicht die geilste Idee von mir gewesen, aber egal, gucken wir mal. Ja, entweder ich fliege wahrscheinlich aus der Mannschaft, weil ich zu kacke bin oder ich bin ein Manuel Neuer 2. Naja, heute geht es auf jeden Fall mal um, ja, meinen ersten eigenen Podcast, den ich gestartet habe. Und zwar, ja, dient das einfach nur als kleines Werbevideo. Ich werde euch hier so ein bisschen erzählen, was ich da so vorhabe, warum ich das mache. Also, wenn euch das nicht interessiert, dann guckt das Video trotzdem, weil die Watchtime ist ja sehr, sehr wichtig. Liked das Video, aktiviert die Glocke, abonniert mich. Und schon mal für den Anfang, für die Leute, die das Gelaber jetzt hier nicht interessiert, ganz oben findet ihr den Link zu Spotify. Da könnt ihr hingehen, da könnt ihr den Podcast dann direkt hören. Wenn es euch jetzt hier nicht juckt, warum ich das mache, dann hört euch den einfach an. Ja, und zwar machen ja sehr viele Leute einen Podcast und ich muss sagen, dass ich den schon ein halbes Jahr lang geplant hatte. Ja, das ist natürlich die Frage, warum mache ich den erst jetzt? Jetzt, ich bin faul, ich bin unfassbar faul und aus diesem Grund habe ich jetzt erst vor, ich glaube, eineinhalb Monaten, habe ich den ersten Part aufgenommen gehabt und wollte halt auch erstmal ein paar vorproduzieren, damit das halt auch wirklich wöchentlich kommen kann. Das Solemme ist halt, dass du bei Spotify nicht direkt irgendwelche Lieder oder so hochladen kannst, sondern du musst es halt über, ja, Dritte machen, quasi die das dann für dich einreichen und zu Spotify senden. Und das kann natürlich hin und wieder mal dauern. Und Spotify ist auch nicht unbedingt die schnellste Seite meistens, wobei es geht eigentlich sogar komischerweise. Aus dem Grund wollte ich halt erstmal ein paar Folgen vorproduzieren, dass ich die alle auf einmal hochlade, damit Spotify dann immer mindestens zwei, drei Wochen Zeit hat, bis dann halt der nächste Podcast online kommen soll, damit dann auch wirklich jeden Freitag einer kommt. Und ja, ich habe jetzt halt sehr, sehr lange gebraucht, weil, also in letzter Zeit habe ich wirklich wenig Zeit. So, das klingt immer komisch als YouTuber, das sage ich auch jedes Mal, aber ja, Privates ist sehr viel, wo ich Zeit investieren muss, ne, dann YouTube natürlich noch, ich streame jetzt aktiv und so und das bindet einem natürlich schon ein. Außerdem will ich jetzt mehr Sport machen, also ich bin ja schon, wann ja schwimmen, die ganze Zeit, jetzt habe ich gerade eine Verletzung, deswegen kann ich gerade nicht schwimmen, aber Fußball spielen, aber ich will euch nicht sagen, was es ist. Ja, und ja, aus diesem Grund habe ich momentan nicht so viel Zeit und habe das jetzt erstmal vorproduziert. Ja, in diesem Podcast soll es ja um alles Mögliche im Endeffekt gehen, das werde ich jetzt aber noch ein bisschen genauer sagen. Also in den ersten Folgen habe ich, also in der ersten Folge vor allem habe ich erstmal so meinen Werdegang auf YouTube nochmal so ein bisschen beschrieben. Ich glaube, der Podcast geht auch irgendwie 70 Minuten oder 65 oder so, also wirklich von Anfang an, ja, wo ich meinen ersten Kanal erstellt habe, meine ersten Videos, ja, über meine Facebook-Seite, ja, bis zum Paul-Anna-Video oder sowas bin ich, glaube ich, gegangen, ungefähr. So, auch da habe ich dann gesagt, jo, das war dann so mein Anfang auf YouTube. Und da sind auch sehr viele Insider drin und auch in den anderen Podcast-Folgen, die ich schon aufgenommen habe und auch aufnehmen werde, sind sehr viele Insider drin. Das heißt, wenn ihr euch generell für mich persönlich interessiert so oder, ja, für das, was ich so erlebt habe, für das, was ich so gemacht habe, etc., dann lohnt sich das auf jeden Fall da reinzuschauen, weil da sind wirklich extrem viele Insider, die ich in einem Video oder auch generell so in meiner Online-Präsenz noch nie gesagt habe, weil das teilweise auch einfach den Rahmen gesprengt hat. Ich habe zum Beispiel auch hier auf dem Kanal ja schon Videos gemacht, wo ich zum Beispiel über meine ganzen Ausbildungen und so weiter geredet habe und auch über, ja, also über die Ausbildung, die ich verloren habe zum Beispiel, ne, oder auch als Elektriker und so. Und ich habe in dem Podcast wirklich extrem viele neue Informationen für euch drin, gerade was die Ausbildung ausgeht, wie so die Schule an sich war, wie die Klasse war, ja, wie die damit umgegangen ist, wie ich mich dabei gefühlt habe, wie das so war, was ich mit den Kindern gemacht habe, bla bla bla. Also, da sind extrem viele Sachen drin, wirklich, die ihr wahrscheinlich noch überhaupt nicht gewusst habt, die aber trotzdem relativ interessant sind, wenn man sich denn mit mir auseinandersetzen möchte. Und ja, aus diesem Grund kann ich euch das im Endeffekt nur empfehlen, da auf jeden Fall reinzuschauen. Das Ding ist die erste Folge, das ging halt jetzt um mein YouTube-Dasein. Die zweite, ja, die ist so mäßig geworden, denke ich, da geht es so um YouTube-Beef-Geschichten, da zähle ich so, wie ich das so gefunden habe, auch früher, ne, wie sich das so aufgebaut hat, bla bla bla. Da habe ich auch zum Beispiel über den Ernstling-Beef nochmal gesprochen, der jetzt, glaube ich, schon vier oder fünf Jahre her ist oder so. Dann in der dritten Folge geht es um meine Grundschulzeit, in der Folge darauf geht es dann um die weiterführende Schule und in der dritten geht es dann halt, also und auch Ausbildung und so weiter. Und in der dritten geht es dann halt fast ausschließlich nur noch um, ja, FSJ und meine Ausbildung, die ich verloren habe und so. Also, also, die gehen halt immer 60 Minuten und ich musste drei Folgen machen, oh, Entschuldigung, ich musste drei Folgen machen, um meinen kompletten, ja, Werdegang beruflicher und schulischer Vergangenheit, ja, in einen Podcast zu stecken. Also wirklich, das geht so 180 Minuten oder so. Also, ich rede drei Stunden darüber, wie ich in der Schule früher war, wie das so war mit der Ausbildung und so. Also, wie gesagt, ich denke auf jeden Fall, dass sich das lohnt. Und ich werde das auch in den nächsten Folgen halt so beibehalten, dass ich halt sehr viele Sachen nochmal in diesen Podcast stecke, die ich so halt noch nicht gesagt habe, aber auch, wenn das Thema vielleicht an sich schon mal angesprochen worden ist. Also, ich sage mal, ich habe ja letztens erst Videos gemacht, wo ich auch so gesagt habe, wie mein FSJ war und so. Da werden jetzt natürlich viele sagen, na gut, warum soll ich mir einen Podcast anhören, wo du nochmal genau das Gleiche sagst. Das Ding ist, bei so einem Video will man jetzt natürlich hier kein 50-Minuten-Video machen, außer wenn es halt mal um meine Fußballkarriere geht. Bestimmt mache ich dazu auch noch einen Podcast, wäre eigentlich auch ganz lustig. Ja, auf jeden Fall ist das Ganze halt so, dass ich halt in diesen Podcast, wie gesagt, sehr viele Insider nochmal reinpacke, sehr viele Sachen, die man halt noch nicht wusste. Und allein deswegen denke ich mal schon, dass sich das auf jeden Fall lohnt, da halt reinzugucken. Ja, also, das kann ich euch auf jeden Fall nur so mitgeben. Ihr könnt mir auch sehr gerne Themenvorschläge in die Kommentare schreiben. Also, ich will auf jeden Fall noch ein Thema zu Glücksspielen machen. Ich meine, viele wissen, dass ich ganz selten meine Spiele gehe, so für 10 oder 20 Euro. Dann habe ich früher mal Sportwetten gemacht, das wissen sicherlich auch noch einige. Und ja, da habe ich wirklich viele Erfahrungen gemacht, so auch Online-Casino und so. Ich denke mal, da kann ich auf jeden Fall so ein bisschen halt was mitgeben. Und das zweite Thema, was ich auf jeden Fall noch machen möchte, ist so über Freundschaft zu reden allgemein. Ich hatte ja auch Zeiten, wo ich so gar keine Freunde hatte. Das ist nochmal dann so ein sehr, sehr privates Thema natürlich. Aber da habe ich auch Bock drauf, da nochmal einen Podcast zuzumachen. Und ja, ansonsten, viele haben mich übrigens gefragt, ob ich das auch bei iTunes-Podcast oder so was hochladen kann. Also, die haben ja auch ihre eigene Seite. Das geht leider nicht. Das Problem ist, dass du Podcast an sich, also die Seite, über die ich das mache, da kannst du die gar nicht hochladen. Und zwar mache ich das über Recordjet. Ja, das kann ich euch nur empfehlen. Das ist, ihr zahlt da für so eine Single. Also, der Podcast zählt quasi als Single, zahle ich 9 Euro im Jahr. Und dafür kriege ich halt 100% der Einnahmen. Also, der Podcast hat jetzt, glaube ich, so 6.000 Klicks. Das heißt, man kriegt so für eine Million Klicks, kriegt man 3.000 Euro. Das heißt, mit 5.000 habe ich so 15 Euro verdient. Also, quasi schon fast das Doppelte, was ich ausgegeben habe. Das lohnt sich einfach. Ja, das Problem ist, dass Recordjet Podcast an sich gar nicht anbietet. Irgendwie ist das bei Spotify sehr, sehr komisch, weil es gibt irgendwie nur bestimmte Seiten, über die du deinen Podcast hochladen kannst. Und das ist halt richtig komisch gemacht. So, deswegen muss ich das über Recordjet machen. Und die bieten dieses iTunes-Podcast halt nicht an. Ich kann das so bei iTunes hochladen, aber dann würde das halt 99 Cent kosten. Und ich will den eigentlich nicht verkaufen. Das macht ehrlich gesagt keinen Sinn, dass man dann jeden Monat, jede Woche 99 Cent dafür ausgibt, um einen Podcast zu hören, den man bei Spotify und so kostenlos hat. Ich will da eigentlich nicht unbedingt, dass das halt so angeboten wird, weil man sich das auch überlegen könnte. Aber es lohnt sich halt nicht so. Also, ich kann euch nur empfehlen, entweder das halt bei Spotify zu gucken. Oder wo es auch hochgeladen wird, ist noch YouTube Music. Da müsst ihr auch einfach nach KuchenTV suchen oder Cakecast, dann findet ihr das halt. Ja genau, ich kann das halt leider nicht als Podcast hochladen. Ich habe mich vorher damit auseinandergesetzt. Ja, keine Ahnung, aber auch komische Seiten und so. Dann steigt man da teilweise nicht so ganz durch. Und dann habe ich mich einfach dazu entschieden, das bei Recordjet hochzuladen als Spoken Word. Ja, das ist ja quasi ein gesprochenes Wort. Also, das ist ja nicht mal falsch. Und ja, dann kann man da halt den Podcast begutachten. So, viel mehr kann ich dazu ehrlich gesagt auch gar nicht sagen. Also, wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall da reinzuschauen. Ihr könnt mir auch gerne mal eure Meinung in den Kommentaren lassen, falls ihr den Podcast schon gesehen habt. Ob ihr den gut fandet, ob ihr den nicht gut fandet, was ich verbessern kann. Wie gesagt, ist ja so der erste, den ich jemals gemacht habe. Macht mir auf jeden Fall wirklich mega Laune, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Also, hätte ich schon gedacht, es macht aber auch einfach Spaß, über seine Vergangenheit und sowas zu reden. Nochmal so ein bisschen sich selbst zu analysieren und so. Ist tatsächlich relativ cool so. Ich denke, das merkt man auch daran, dass die Podcasts halt immer eine Stunde gehen. Ja, andere gehen halt so 40 Minuten oder so. Und ich auch meistens immer so nach einer Stunde denke ich mir so, okay, langsam solltest du da auf jeden Fall einen Cut machen. Ja, an dieser Stelle wollte ich übrigens auch nochmal sagen, dass ich mich übrigens von Cynic habe inspirieren lassen, dass ich den Podcast so gestalte, wie er jetzt geworden ist. Denn der hat das Ganze sehr, sehr ähnlich gemacht. Also, ich weiß nicht, ob ihr Cynic kennt. Das ist so, ja, wahrscheinlich mit der bekannteste Battle-Rapper halt in Deutschland. Der hat bei Rap am Mittwoch und so weiter mitgemacht. Hockt ihr Takeover. Der wäre auch bei dem Kollegah-Battle da, ist im Finale. Guckt euch das auf jeden Fall an, wenn das draußen ist. Es lohnt sich auf jeden Fall. Sehr, sehr unterhalten für die Zuschauer auf jeden Fall. Und ja, der hat auch einen Podcast und da hat er auch sehr viele Podcasts halt gemacht, wo er zum Beispiel auch über seinen Arbeitswerdegang geredet hat, wo er so über privatere Sachen geredet hat. Und das finde ich persönlich halt sehr, sehr spannend, den Leuten dabei zuzuhören. Weil du kennst die halt meistens immer nur so aus dem Internet. Ja, ich kenne Cynic zum Beispiel nur so aus den Battles. Man hat, also manchmal hat er auch schon so Parts gehabt, wo der halt zum Beispiel gesagt hat, ja, dann hat sich mein bester Freund als Rassist empuppt. Oder ja, ich habe schon mit Behinderten gearbeitet, so. Und du denkst dir halt so, okay, cool, was ist da eigentlich genau passiert? Also bei mir persönlich ist da halt das Interesse da. Und sowas hat er dann zum Beispiel in seinem Podcast beantwortet. Und deswegen habe ich mir halt auch gedacht, okay, es gibt vielleicht viele Sachen, die ich schon mal angesprochen habe in Videos. Aber das hätte halt teilweise einfach den Rahmen gesprengt, wenn ich da jetzt wirklich eine Stunde drüber geredet hätte. Weil man kann ja bei vielen Themen, auch die ich in den Videos mache, da kann man ja 50 Minuten Videos drüber machen. Ich versuche das halt trotzdem so auf 10, 15 Minuten zu halten, damit das einfach nicht zu viel wird. Und das Ding finde ich das halt ganz cool, wenn man das quasi so macht. Auch wenn man die Themen vielleicht schon mal irgendwo angesprochen hat, dass man dann genau weiß, wie es passiert ist. Ja, deswegen. Also guckt auf jeden Fall mal bei Cynic da vorbei. Das gibt es auch bei Spotify. Cynics Corner heißt das. Ist, wie gesagt, sehr, sehr cool. Habe ich mir schon öfter zum Einschlafen angehört, tatsächlich. Ist auch sehr, sehr nice. So auch interessanter Werdegang so bei dem. Und ja, ansonsten kann ich nicht mehr so viel dazu sagen. Würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr einfach mal reinschauen würdet, den Link zu Spotify findet ihr ganz oben in der Beschreibung. Wie gesagt, lasst ruhig eure Meinung da. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, ihr könnt noch Themenvorschläge reinposten. Und dann sehen wir uns im nächsten Podcast, meine Freunde. Bis dann. Okay, thanks, bye. Oder im nächsten Video. Am Donnerstag. Ja, ja. Ja.